Oh, hi Leute! Schön, dass mein Bruder direkt die Kamera mitgebracht hat. Ich habe nämlich ein neues Spiel und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Nämlich man hat hier so einen großen Hof. Und hier, wenn man auf das einzelne Pferd geht, hat man hier so einen Steckbrief. Und da sieht man, was man gerade machen muss. Und man muss es halt putzen, man kann Vertrauen aufbauen, also streicheln halt. Man kann es füttern. Und bei dem Futter ist auch hier, wenn man das Pferd füttert, jetzt bin ich weggegangen, ist auch hier die Anzahl, wie viel man davon hat und was das bringt. Also zum Beispiel Bananen bringen halt für die Gesundheit. Und das ist halt ziemlich praktisch. Und das kann man halt mit jedem Pferd machen. Und was auch richtig cool ist, wenn man so um den Hof geht, dann ist hier manchmal auch so verschiedene Sachen, was man einsammeln kann. Einfach so und das ist halt richtig cool, finde ich. Und auch wenn der Stall dreckig ist, muss man den auch noch putzen, also ausmisten. Das habe ich aber schon gemacht. Und Futter und Trinken habe ich auch gemacht. Ja, und sowas finde ich halt richtig cool und umso weiter man das spielt, umso mehr Pferde kommen, um die man sich kümmern muss. Und hier gibt es halt so Aktivitäten, zum Beispiel Bodenarbeit, Dressur und Springen. Und das erinnert mich halt total an mein Pferdeleben, weil mit der Smartie werde ich ja viel Bodenarbeit jetzt machen. Mit Inka bin ich ja viel gesprungen, wegen dem Reiterzeichen auch. Und mit Dressur haben wir ja jetzt die Paola auch viel deswegen geholt. Und ja, ich werde euch das jetzt mal zeigen. Das hier ist jetzt Bodenarbeit. Und immer wenn hier so ein Kreis kommt, muss man halt draufdrücken, so schnell wie es geht. Bis zum nächsten Mal. So, das war jetzt halt die Bodenarbeit. Und ich zeige euch jetzt mal, wie Springen aussieht. Darin bin ich noch nicht so gut. Boa, ich zeige euch jetzt. Bis zum nächsten Mal. Wie ihr jetzt gesehen habt, bin ich darin noch nicht gut, weil man, das muss man halt richtig schnell reagieren. Und jetzt werde ich euch noch Dressur zeigen, aber mit einem anderen Pferd, weil das braucht jetzt Pause. Man muss halt hier so das alles nachzeichnen. Man sieht das auch hier nochmal. Bis zum nächsten Mal. So, das ist halt das Spiel. Und ich finde das halt richtig cool, weil das auch irgendwie wie so ein eigenes Pferd ist. Weil man halt sich um alles kümmern muss. Und ja, also ich werde euch die ganzen Links und alles drumherum nochmal in die Infobox verlinken. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel schon kennt. Und wie weit ihr da schon seid. Und falls ihr es nicht kennt, wie ihr das so findet. Ich finde es persönlich richtig, richtig cool. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und über ein Abo freuen. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.